Nach dem ersten Gespräch, das ich dann bei Amadeus Feier hatte, war mir eigentlich sofort klar, dass ich dahin muss und ein Teil dieses Unternehmens werden möchte. Das Schöne an der Personaldienstleistungsbranche ist, dass wir viele Parteien glücklich machen. Wir finden für ein Unternehmen, für unseren Kunden den perfekten Bewerber. Der Bewerber findet seinen passenden neuen Job. Man hat Personalmanagement, hat aber eben auch den Vertrieb hintendran. Und das ist eben das, was bei Amadeus Feier in dieser Position vereint wird. Wenn dann im Endeffekt die Stelle besetzt wird, dann ist es einfach, das ist ein schönes Gefühl. Bei Amadeus Feier startet man ab dem ersten Tag mit einem professionellen Schulungskonzept. Wenn ich also aus einer ganz anderen Branche komme, bekomme ich auch hier ein Fachwissen an die Hand, um danach erfolgreich arbeiten zu können. Es ist nicht wichtig, wo man herkommt, sondern man muss einfach nur motiviert sein, Spaß haben und einfach Gas geben wollen. Egal, ob man Vertriebserfahrung hat oder nicht, man muss erstmal die Branche verstehen und kennenlernen, um dann einfach auch sehr schnell selber in die Umsetzung zu gehen. Wir haben eine sehr modern ausgerichtete Vertriebsstrategie. Die Kunden sind bekannt, aber auch die Ansprechpartner. Jeder von uns lernt von dem Kunden, weil das eröffnet mir ganz andere Sichtweisen in den Unternehmen. Und dadurch kann ich erfahren, wer passt eigentlich zueinander. Darauf wird viel Wert gelegt, dass wir viel auch Präsenz nach außen hin zeigen, bei unseren Kunden vor Ort sind. Das hilft enorm und macht gleichzeitig auch noch wahnsinnig viel Spaß. Wer fleißig ist, der wird extrem gut belohnt bei uns. Auf das Fixum gibt es tatsächlich eine ungedeckelte Provisionsmöglichkeit, was das Ganze wirklich monetär einfach sehr lukrativ macht. Außerdem haben wir bei Amadeus Feier ab dem ersten Tag einen Firmenwagen zur Verfügung und haben zusätzlich die Chance, nach einer gewissen Zeit unseren eigenen Firmenwagen zu konfigurieren, der perfekt zu uns und unserer Lebenssituation passt. Karrieremöglichkeiten bei Amadeus Feier ist jedem selbst überlassen, wie man sich bei Amadeus Feier entwickeln möchte. Man kann aufsteigen, muss man aber nicht. Also es gibt kein Oppo-Out, ich kann mich bewusst für die Fachkarriere entscheiden. Nach meinem ersten Wohlfühlen in der Personaldienstleistungsbranche wurde ich zeitnah zum Teamleiter befördert. Ich hatte also die Chance, ein ganz neues Team aufzubauen und es zu leiten. Wir haben keine Ellbogenmentalität, sondern helfen und unterstützen uns da jederzeit gegenseitig. Amadeus Feier ist ein Arbeitgeber, bei dem man sich entwickeln kann, bei dem es wirklich auf die Leistung ankommt und auf die Persönlichkeit. Unabhängig davon, wie lang man schon dabei ist und wie viel Berufserfahrung man mitbringt. Jeder, der Lust hat, was zu erreichen, kontaktfreudig ist, Lust hat auf Vertrieb, gerne viel lacht, der sollte sich bei uns melden.